Sind die jetzt da? Oh Gott, ey. Ja, ja. Ja, ja, ja. Steht uns oben oder irgendwas? Bleib hier, bleib hier. Alles gut. Hi, unser Markt ist verwüstet. Jetzt. Der ist komplett verwüstet. Hörst du den Schreien? Ja, der hat alles, der hat mit einer Gabel auf die Kühltruhen eingeschlagen. Ich kann, ich will nicht an den ran. Ich will nicht an den ran. Der schmeißt, der hat alles umgeschmissen. Städtpaletten, Schnapppaletten, alles. Öl, alles. Alles Öl. Jetzt knallt der Kaffee, Alter. 100 Meter Dappel. Die Polizei ist noch. Ja, weiß ich nicht, wird jetzt... Maurice oder... Okay, ja, ja. ... 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